Hallo, ich bin Tanja Tevchenko und ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Ich treffe jetzt ein paar kleine Eiskunstläuferinnen, die sich schon wahnsinnig darauf freuen, mit mir zusammen zu dem Song Lass jetzt los aus dem Disney-Film Die Eiskönigen eine kleine Choreografie zu tanzen. Ach, da sind sie ja auch schon alle. Seid ihr schon aufgeregt? Ja! Aha! Und jetzt wollt ihr zusammen mit mir eine kleine Choreografie tanzen und dann zur richtigen Eiskönigin werden? Ja! Na ja, dann legen wir los! Tanja Tevchenko ist da und die macht mit uns eine Choreografie und die läuft mit uns zu einer Musik von der Eiskönigin. Ich freue mich sehr, weil das Glied kenne ich und das finde ich total gut. Ich freue mich sehr, dass ich einfach eine Eiskonzessin sein kann. Die Tanja Tevchenko ist auch so ein Vorbild für mich, weil die kann schon richtig gut laufen. Also der Titel Lass jetzt los war für mich ein sehr kreativer Ansporn, weil Eis zu laufen ist so ein bisschen wie zu fliegen. Und beim Fliegen muss man loslassen. Hier bin ich und bleibe hier und ein Sturz sieht aus. Ich finde das voll schön, was wir gemacht haben. Die Tanja hat es richtig gut gemacht. Ich fand es richtig gut und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und am besten fand ich den Tanz mit der Musik. Ich habe mich selber gefühlt wie eine Eiskönigin. Ich bin frei, endlich frei. Und ich fühle mich wie neu geboren. Ich bin frei, endlich frei. Was war jetzt vorbei? Hier bin ich in dem hellen Licht und ein Sturm zieht aus. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Die Kälte, sie ist nun ein Sch Dashamiik.